Hi. Hi. Wie haben wir denn hier? Ja, wir kennen uns doch, mein Herz. Ah ja, der Typ, der... Wie oft war der jetzt verheiratet? Dreimal? Zweimal? Weißt du, zweimal? Zweimal, glaube ich. Ich kenne uns doch sehr gut. Doch, mein Herz! Digga, er hat doch Frau. Wir kennen uns doch, mein Herz. Ich kenne uns doch sehr gut. So ein sehr gut ist auch crazy. Sehr gut ist schon, ihr wisst schon, man war schon drin und so, gesleidet. Ja, kann nicht, wir haben doch eine Geschichte. Warum ist er ein Fiz? Stell dir einfach vor, da ist was dran. Okay, okay, okay. Okay, dann mein Lieblings-YouTube-Star, was soll ich sagen? Sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir, Kanadela? Boah, er hat schon ein bisschen Kontakt. Legt er das so hoch, ey? Hä? Digga, also, der ist verheiratet, legt er das so hoch, Alter. Boah, weiß nicht, ja? Das ist schon diese Scheidung ein bisschen auch hoch. Chillige Hostel, eh, eh, auf jeden Fall. Geht's sehr gut, wenn ich dich sehe, wie geht's dir? Ey, Junge, ja. Du hast geschauspielert, du hast echt? Auch wenn du Schauspieler bist, Digga. Ja, Digga, aber Schauspieler hat man da nicht, wenn man eine Frau hat, Digga. Weiß ich nicht, Digga. Oder das ist zu viel. Ja, ja, nicht viel, Kan. Ich hab dich vermisst. Ja? Ja. Wie lange ist es her, ne? Ja, ist lang her. Ja, ne? Ja, wie lange? Vier Jahre oder so. Oh, vier Jahre schon? Ja, zwei... Jungs, ich sag, der wäre schon gesleidet. So wie die redet und ihn auch anguckt und so. 20 war das. Ja? Hast du den AMG vermisst? Ja, ich hab den vermisst. Ich hab den nicht mehr. Aber ich saß schon... Nein, nicht mehr? Nein. Was sagst du jetzt? Ja, und Cosa. Nee, glaub ich nicht. Du? Ich hab Instagram gesehen, so... Ja, ist alles Show. Alles Leasing, alles Show. Bei mir auch, alles Fake. Ja. Weißt du denn, was haben wir denn gemacht? Wurde ein bisschen komisch, Digga, sag ich euch ehrlich, ja? Ja, also bei mir auf jeden Fall eine Spannung. Ja, ja. Was wolltest du sagen, du hast was? Nein, ich wollte nur sagen, dass ich auf einen anderen AMG saß, während ich nicht in deinem saß. So kennt man mich ja nicht. Ja, glaub ich. Weißt du denn? Wie heißt die Katharina? Ich kenn die nicht. Keine Ahnung. Er hat doch mal so ein Format gedreht, wo er so mit Mädels in so Autos abgeholt hat. Ich kenn das von Denny, so erkämpft das? Ja, ja. So was hat er auch gemacht. Ach so. Aber ich glaub vor Denny und so.